hier haben und wir kommen zu einer neuen Folge ich wurde angegriffen hier Geilu das war versagt und Geilu gewonnen wir können mal Geilu angreifen nur wenn ihr wollt Geilu hat einen Laufel von 1,2,1,1,1,1,1 wir grümpfen aber ja dann soll er mich mal schlagen hat er für Glück hoffentlich so wie er sieht schafft das nicht mal guck mal Kumpel an verreckt ich muss das jetzt an und letztes Jahr das da oben war mein Zeitaccount, weil ich euch wieder unterbrechen musste ich wollte eigentlich heute mit euch immer die Juwelen holen die Kiste öffnen die Kiste öffnen wollte ich eigentlich nicht, mach ich aber jetzt mit euch die Kiste und ihr bekommt Post holen hier mein Grund für natürlich wechseln und jetzt kommt man zu das üblichste was ich eigentlich jetzt tun wollte bevor ich meine Videos schade in meinem Land ist wieder voll verkaufen ich brauche die Kohle nie, 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 nie verkauf ich nicht und wir bekommen ich träume nur jetzt nicht Alter, träum ich warte ich habe mir eine Flasche hier Nein, ich freu mich Geil Einer von den Karten, die ich noch nicht habe Ja, ok Welche Ruhe muss ich rausnehmen? Ich nehme die Ruhe raus Die hat geht schon die lustige sind alle gucken 1, 2, 3, 4, 5 ich habe jetzt komplett Steck mit Fernkämpfern und keine Nahkämpfer Nahkämpfer und Fernkämpfer Ja, hellenalter Epic Ich muss mal kurz was gucken Was hat dieser Honk-Toner Ersetzen Das ist geil Wo ist der? Level 1er? Nee, nee, dadurch verlier ich meine Punkte Den kann ich hier irgendwo reinsetzen Ich wollte eigentlich hier das wechseln, aber aber keine Kohle, hier Kann ich wechseln? Auf jeden Fall kann ich jetzt hier mal Und Bam 3 Wir gehen jetzt mal kurz aufleveln Ich luft was ich machen wollte Kann man heute alles lassen Alliessen Alles klar Alliessen Geiles Ding Alliessen Guckt euch das in der Zeit an Ich muss mal kurz meinen Hund holen Komm Na komm her Na hin Na Schneller Na 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 Komm schnell Na Na geh jetzt Na 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 Ja Na 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen und das mag ich an diesen Typen, Alter. Der macht aus Entfernung von weiß ich nicht, wohl schon schon. Und ich glaube, dass wir den Modicum 160 kriegen. Mein Rudi, behalte ich, glaube ich. Sorry, wenn ich nicht rede, ich trinke den beiden. Wenn jemanden im Sommer ein Spiel rausbringen soll, schreibt mir in den Kommentaren, was und welches. Guck hier gleich. Dann können wir jetzt nicht mehr, ich kann pro Level, guck mal hier, schon Level 4. Natürlich mag ich jetzt das hier. Ey, Illusion. Ich hab den schon, Maximo, aber euer. Ihr seid losend. Nein! Das ist übertrieben. Hat voll gemacht. Das muss ich geschaffen, mein Name für mal. Odeo. Ich muss jetzt auch noch passen, auch noch passen, reicht? Reicht. What a fish with dino. Zehn. Wir sehen uns wieder, wenn ich ein Maximum Level 20 habe. Ich habe noch nie Level 20, aber ich will mal meinen zweiten Account angreifen. Mit meinen, mit einem Helm, namens Rudi. Und den Typen, los, du musst es erschaffen. Ihr lässt ihn in Ruhe. Und den Typen, das ist lustig. Ich muss hier lange warten. Warum will ich den Film nochmal lange warten? Mal gucken, guck mal gucken. Ach so, ich hab revanchiert, da verkriegt man ja ne Scheiße. Wir können jetzt endlich die Dings. Ich bin endlich Baron und schon bei Baron 3 2.900. Ja, ich sag mal, was ich queren will. Ich bin mindestens in ein Jahr mindestens der Epische, dann kriegen wir 100 Dias, 200 davon. Die kriege ich jetzt als Lord 20. Scheiße. Leck mich an. Ah. Für einen, das wissen wir, ich will ja nicht sagen, dass ich, weil ich hab das schon mal, ein YouTuber-Kumpel, der hatte von der scheiß YouTuber-Firma richtig Angst bekommen, nur weil er immer aus dem Flip ist. Nicht, weil er aber ein Kohlens für ein Schloss hat. Du. Oh, green. Oh, green. Up, green. Up, green. Jetzt haben wir Level 80. Wir gehen jetzt auf meinen zweiten Account. Ich will es euch nicht zeigen, nicht, dass einige hacken. Ich bin dabei, reinzugehen. Ey, wir haben mein Laufen versteckt. Ja, hier hab ich glücklich abgeholt. Abgeholt. Abschuh. Geil. Ich sag statt abgeholt, abgeholt. Die bringen mir noch nicht mal die Dinge, aber es bringt mir was. Ich spüle die noch nicht so lange. Wie's lustig ist. Taglich. Da geh ich jetzt auf meinen nächsten Account und gucken. Hey, Leute. Ich wurde von der Hura angegriffen. What the hell? Oh mein Gott, Alter. Okay. So schnell kann man gewinnen. Wo ist denn jetzt hier ein Lagerhaus? Geil. Ich kann mein Lagerhaus aufräumen. Dann kann ich hier nur schmachten, Kollegen. Und schnell schuss. Wie lang geht es schon? Oh, 8 Minuten. Fortfahren. Ne, 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 ne. Auf ihm, auf ihm, auf ihm. Dem benutzen nicht so scheiße. Hier. Warte. Fortfahren. Nicht euer Ernst. Nicht diese Hure, Digga. Muss aber die Hure nehmen. So, Hure genommen. Und ja. Ich geh jetzt doch noch nicht nachkommen. Wir sehen uns gleich wieder. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich hab noch nicht mal mit euch. Das Atem beraubt, ne? Neun Ehre kaufen. Drei Ehre kaufen. Was steht das denn mit den neuen Ehren? Du bekommst drei Hälte und kannst dir neun Ehre kaufen. Alles dran. Ich werde starten. Und werde kurz am Ende meines Raumes gehen. Und dann sehen wir uns wieder. Aua. Scheiße. Stoßen. Und ich hab bekommen. Wir fangen von hinten an. Henker. Bergkrise. Biest. Meister. Sorry, dass ich das so tot habe. Wie ihr seht, hab ich hier schon viele Ellen. Ey, wo ist ein Biestmeister? Wo ist Biesti? Biesti, bist du hässlich oder was? Ich hoffe, ihr habt euch nicht mehr. Ich sag trotzdem, Entschuldigung. Wie kann ich damit immer noch nicht anfangen? Du Huche. Du bekommst Bärmeister rein. Oh, ist der Bärmeister so eins. Oh, so. So, 13, 6. Agreed. Bam. Bam. Und jetzt gucken wir mal, wer ist der Beste? Fuck, Bärmeister, fuck. Ich wollte mit euch mal ganz schnell einen Kampf machen. Wer hat nur einen anderen Spieler angreift, wird dein Schulte-Oktifelt wirklich zu wirklich angreifen. Ja, bin ich so dumm. Ich wollte heute eigentlich noch mein wichtiger Account mit euch verzeihen. Ein bisschen zu schwach, dafür, dass ich ihn level 40 habe. Oh, ich hab nicht gesagt. Alter, der Bärmeister ist so übertrieben schnell. Ich werde heute noch ein zweiter Video aufnehmen. Entweder das kommt morgen, morgen, nee, heute nochmal, zwei Videos, dafür, dass ich letztendlich ein paar Tage Kind gemacht habe. Und ich werde dieses Wörter Mörder-Mystery spielen. Und ja. Und ja. Ähm, ja. Ja. What the fuck? What the fuck are we doing? Das war's für erstes in Reiter. Ich wollte hier gucken. Misty. Kann ich hier und warte mal. Ich müsste die in den Schlacht treffen können. Yeah. Oh, er hat schon so ein Ding. Oh, ich hab die schon länger. Kollege. Fros-Armor-Biest. Und Judo. Alter, das reicht langsam. Ich will was machen. Ich hab ein bisschen Klebeband hier und mein Ladegabel. Ist ja angesteckt. Ich will's nur nicht, wie ich es euch zeigte, ohne dass er sieht, wo ich drin bin. Weil ich könnte ja leider sagen, da könnte ja alles rein spazieren, komm. Du bist so behindert. Hat ein Kumpel mal zu mir gesagt, ja. Und dann passierte das, wie die dann, wie diesen Typen da, der verreckt ist. Der ist perfekt, ey. Und jetzt so. Uh. Bäh. 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 So. Offen. Weg ist es. Jetzt ist mein Schildmesser wieder besser. Ja. Kann ich mal lassen. Wer lassen? Ja. Da bin ich ja noch ein... Gehen schlechter Juni oder so. Da bin ich noch ein Bitch. Da lieber was war jetzt. Ich muss euch gleich wieder... Achso, ich kann's ja nicht. Ich will euch sagen, schau. Und bis zum nächsten Mal. In diesem Video kommt kein Intro rein. Ich bin zu faul, es jedes Mal hinzustellen. Dann in Musik hinzuzufügen. Hier brauche ich... Füge ich Musik rein. Ich gucke, ob ich meine Stimme verstehe. Nee, ich lasse lieber die Musik. Und ja. Das war's, meine Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis der Busch weg ist. Und hier, so wie ihr seht, drei Diastomen.